Ich bin mir sicher, ihr seid euch dessen gewiss. Heute ist doch Feiertag. Ihr seht es hier, Erntefest in Malaysia. In Kuala Lumpur ist die Börse geschlossen. Na gut, und eins darunter sieht man das auch in den USA. Heute wohl Feiertag ist Memorial Day. Die Indizes sind, zumindest mal was die Futures angeht, natürlich offen. Trotz alledem rechnet damit, dass auch an den Future-Märkten da relativ wenig los ist. Ein bisschen zeigt sich das beim DAX aktuell. Der DAX hat schon mal toll gestartet nach dem Wochenende. Ihr seht das, dass wir hier mit einem Gap nach oben gegangen sind. Wir können auch im Future schnell gucken. Da sieht man das mit dem Gap natürlich nicht ganz so deutlich. Wir sehen aber auch, dass der Markt im Moment in so ein bisschen einer Warteschleife, Warteposition ist. Die allerdings sieht leicht hängend aus, also abwärts, aber schwach. Das heißt, nach wie vor sieht es danach aus, als ob die Aufwärtsseite auch beim DAX die vorzuziehen ist. Insbesondere, wenn wir die Zwischenhochs hier wieder reißen, merkt euch das mal hier. Ich mache es mal einmal größer, damit man es hier besser sieht. Vielleicht das Hoch von heute 13,30 mal im Hinterkopf halten. Denn ihr seht ja, dass das insgesamt eine Korrektur ist. Über die Zielweite, da kann man sich tatsächlich die Frage stellen, wie weit soll das gehen? Keine Ahnung. Ich sage das bewusst so. Denn bitte geht nicht davon aus, dass was vor der Korrektur ist, hinter der Korrektur. Nein, die Größe, die ist unbekannt. Es kann so ähnlich wie hier so weit laufen. Es kann sein, dass es jetzt noch der letzte, ich hätte fast gesagt, Pups nach oben ist. Würde ich aber nie über die Lippen bringen. Aber, dass es zumindest noch mal ein bisschen nach oben geht, dafür spricht vieles. Insbesondere und als Trigger verwendbar, wenn der Kurs dann quasi so diese letzten Zwischenhochs hier dann noch mal reißt. Deshalb diese Marken noch mal im Auge behalten. Blicken wir auf Amerika. Ich will auf das große Bild gar nicht eingehen. Das habe ich am Wochenend Video gemacht, zwar auf Englisch, aber es ist so einfach, selbst die Zeichnung einfach dort nur nachzuvollziehen, dass ich das jetzt nicht noch mal breittreten will. Im großen Bild zu den Indizes ist es ja spannend und unterschiedlich, was die verschiedenen Märkte angeht. Aber schaut euch, wie gesagt, das Video dazu an. Aktuell, ihr müsst damit rechnen, dass heute relativ wenig los ist in Amerika, dass das eben nicht weitestgehend so ausgeprägt ist, wie man das typischerweise gewohnt ist. Auch hier sind wir längerfristig im bullischen Bild. Allerdings, das hintere Bild lädt jetzt nicht so sehr zum Kaufen ein. Wenn ich hier auf den 5-Minuten-Chart gehe, sieht man es vielleicht noch ein bisschen deutlicher. So richtig schön wackelig ist es nicht. Geht auch relativ steil runter. Gehen wir mal hier alle auf 15. Von 15 auf 5 Minuten runter, dann seht ihr schon. Amerika offensichtlich nicht in der gleichen guten Stimmung, wie das, was wir in Deutschland haben. Auch dort ging es runter. Ihr erinnert euch, im DAX. Also Abwärtsrichtung auch beim DAX. Aber eben dort in einer korrektiven Art und Weise. Hier ist es eher eine impulsive. Naja, im schlimmsten Fall wird man halt beim DAX nicht getriggert. Hier sieht es allerdings auch korrektiv aus. Beim Nasdaq, ihr seht das 1, 2, 3, 4, 5 irgendwie was. Oder wie man es auch immer zählen will. Aber ihr seht, dass das hier überschneidend ist. Eine Idee wäre sogar noch, dass das insgesamt eine Flat-Bewegung ist für die Fortgeschrittenen unter euch. Jetzt mal so sieht eine Flat unter anderem aus. Und wenn das jetzt irgendwann mal zu Ende ist, dann ist durchaus realistisch, dass wir die Aufwärtsrichtung dann nochmal fahren. Also sprich, dass diese Korrektur hier vielleicht korrespondiert mit dieser Korrektur oder einer von diesen kleineren. Und anschließend eben, es nochmal ein gutes Stück nach oben geht, halte ich für alles andere als abwegig, sondern für relativ nachvollziehbar. Die Zielweite ist allerdings ein Thema. Ein möglicher Trigger für die Geschichte ist zumindest mal, wenn wir diese Zwischenhochs reißen. Das wäre hier ebenfalls heute Nachmittag, 15 Uhr in dem Fall. Also das wäre denkbar, ist allerdings natürlich mit ein bisschen Restrisiko, wenn es innerhalb dieser letzten Bewegung ist hier. Das ist eine Stufe jetzt zu kompliziert, um das jetzt hier auf diesem kurzen Video zu erklären. Dafür müsste ich in die Technik reingehen, weil das ja eine interne Wellenbewegung ist. Aber ein mögliches Indiz für den Anstieg. Wer sicher sein will, der sollte sich vielleicht noch zusätzlich Gewissheit holen über einen möglichst starken Anstieg hier, möglichst schwachen hier. Dann hat man zwei Argumente, nämlich möglichst wackelig hier, möglichst stark hier, möglichst wackelig wieder hier und dann den entsprechenden Trigger für die Long-Seite. Also Long ist noch nicht abgeschrieben. Insgesamt ja ein bullisches Bild, aber die Frage ist, er muss das hier erst machen. Ich will diesen Turnaround sehen, ich will diese Trigger-Marken sehen. Vorher läuft da aus meiner Sicht nichts. So, und weil wir mit den Indizes heute nicht so richtig viel zu kamellen haben, nochmal einen ganz kurzen Blick auf den Euro. Und da sehen wir, dass wir immer noch in dem Weg nach oben sind. Und das liegt wahrscheinlich nicht so sehr am Euro, wie wir gleich feststellen, sondern auch am US-Dollar. Das ist Euro gegen US-Dollar. Und wir sehen, dass das hier hinten schon ganz schön stark ins Wackeln reinkommt. Und deshalb die Chance sich erhöht, dass der Kurs so langsam, aber sicher mal dreht. Hier würde ich jetzt keine Handlung daraus ableiten wollen unbedingt. Aber zumindest mal so als kleiner Hinweis, dass die Bewegung, die wir jetzt hier hoch haben in der letzten Zeit, jetzt vielleicht hier hinten mit dem gegen Ende ist und wir einen Rücksetzer dieser Art ja durchaus auf dem Plan haben sollten. Das wäre nicht so ganz untypisch. Vielleicht ein interessanter Hinweis dazu. Wenn es doch am US-Dollar liegt, dann gucken wir den nochmal im Vergleich zu anderen an. Zum Beispiel gegen Schweizer Franken. Da sehen wir, wie stark der US-Dollar verloren hat. Nicht über die Richtung wundern. Hier steht der US-Dollar vorne. Das heißt, die Schwäche sieht man direkt hier am Kursverlauf. US-Dollar gegen Schweizer Franken stark abverkauft. In der hoffnungsvollen Erwartungshaltung, dass wir idealerweise wackelig in diese Richtung gehen. Dann könnte man sogar nochmal short gehen hier in diese Richtung. Das wäre analog zu dem, was ich beim Euro gegen US-Dollar in die andere Richtung gezeigt habe, weil da steht ja der US-Dollar hinten. Vorne steht US-Dollar auch gegen den chinesischen Yuan und dann sehen wir, dass auch hier diese letzte Abwärtsbewegung ziemlich steil ist bzw. vorangegangen sehr hoch. Also auch hier wäre es sehr realistisch, wenn wir sowas sehen. Also nochmal tiefer gehende Kurse. Vielleicht hier ebenfalls etwas, was in dieser Art uns nochmal nach unten bringt. Also vielleicht ein Anlass für euch, auch mal heute auf die Währungen zu gucken, auch wenn ihr eigentlich eher auf den Aktienmärkten unterwegs seid. Aber wenn die eben feiertagsbedingt ein bisschen ruhiger sind, dann wäre das ebenfalls etwas. Vielleicht als Abschluss nochmal Euro gegen Singapur-Dollar für die Intraday-Spezialisten unter euch. Die letzte Bewegung, diese hier, das ist das, was ihr hier seht, vom höchsten Punkt aus geht. Euro gegen Singapur-Dollar in dem Fall. Und dann seht ihr, dass das sehr wackelig nach oben ist. Ich würde mich nicht wundern, wenn der Kurs hier diese Marken durchstößt, zum Beispiel dieses letzte Zwischentief von, was war das heute Vormittag? 30. Mai, 9.15 Uhr oder 30, irgendwie sowas in der Richtung, dass wir dann die Fortsetzung nach unten bekommen. Alternativ achtet hier drauf, ob ihr diese gleichen Verhaltensmuster habt. Was ist die starke Richtung? Was ist die schwache? Also Währungen ohne weiteres auch im ganz kurzfristigen Chart anwendbar. Vielleicht ein Hingucker gerade mal so feiertagsbedingt. Nicht die schlechteste Idee. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Wochenstart, dass ihr gut reinkommt und freue mich, wenn ihr an den Märkten viele schöne Situationen findet, die ihr umsetzen könnt. In diesem Sinne euch erstmal alles Gute und liebe Grüße bis zum nächsten Beitrag.